Die große Stube für Genießer ist das erklärte Lieblingszimmer unserer Gäste. Lichtdurchflutet und großzügig ist sie perfekt für einen erholsamen Aufenthalt, auch zu dritt und ohne störende Zusatzmöbel. Ganz viel Platz und Ambiente bietet auch das wunderschöne Bad mit separatem WC. Und für echte Nordsee-Liebhaber allzeit allerbeste Aussicht. Ja, dann kommt doch mal in die zweite Heimat.